Der Schnuppergolfkurs im Urlaub. Entdecken auch Sie den Spaß am Golfen. In unserem Schnupperkurs für Anfänger finden Sie heraus, ob Golf auch Ihre Leidenschaft wecken kann. In nur 45 bis 90 Minuten erlernen Sie den Grundschlag, beginnend von kurzen Schlägen bis zu längeren Schwimmen. Und anschließend geht's auf den Golfplatz, zum wirklichen Golfspielen. Entdecken Sie die faszinierenden Herausforderungen des Golfsports und Ihr persönliches Talent in Begleitung Ihres erfahrenen Golflehrers. Während des Schnupperkurses erhalten Sie auch Einblicke in die Kunst des Einlochens, dem sogenannten Patten. Anschließend verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten der Region und genießen die wunderschöne Atmosphäre der Clubhausterrasse. Konnten wir auch Sie vom Golfsport begeistern? Der Golfplatz Cap de Pera im Nordosten Mallorcas ist jetzt 21 Jahre alt und gehört zu den Lieblingsplätzen der Mallorca-Residente. Seine ersten neun Bahnen sind eher flach und die letzten neun haben Wasserhindernisse, Schluchten und Hanglagen, um die Runde für den Golfer interessanter zu gestalten. Mallorca ist eine faszinierende Insel, bekannt für unverbaute Natur, traumhaft schöne Strände, kleine Dörfer und Hafenpromenaden mit abwechslungsreicher Gastronomie. Hier ist für jeden etwas dabei. Egal ob Sie auf der Suche nach einem Hotel, einer Finca auf dem Lande, nach Stränden oder bezaubernden Restaurants sind, wir helfen Ihnen gerne. Mit uns wird Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Kontaktieren Sie uns über unser Anfrageformular. Kontaktieren Sie uns über unser Anfrageformular.